Wenn jemand da draußen einen Traum hat, soll er wissen, dass ich der lebende Beweis dafür bin, dass er wahr wird. Jeder Traum kann wahr werden, egal wie groß er ist. Das Klügste, was Sie in diesem Geschäft tun können, ist, sich mit einem großartigen Agenten zu verbinden, der Ihnen hilft. Schließen Sie sich mit Menschen zusammen, die eine Familie um Sie herum bilden werden oder einen Graben. Hast du bereits die passenden Menschen um dich? Ich arbeite in einer seltsamen Branche und Vertrauen ist ein Wort, das nicht einmal im Wortschatz vorkommt. Wird Vertrauen bei dir groß geschrieben? Ich bin eine sehr entschlossene Geschäftsfrau. Ich habe viel zu tun und ich habe keine Zeit, um als schwierig eingestuft zu werden. Bist du zielstrebig und fokussiert oder lässt du dich von kleinen Dingen ablenken? Die Wahrheit braucht immer ein bisschen länger, um die Ziellinie zu überqueren. Bist du der Hase oder bist du der Igel?